Und ich hab mir gedacht, heute im Livestream könnte ich mit euch das einfach mal zusammen machen. Sowohl das Banner als auch den Avatar für die neue Guild Wars 2.de Community auf Twitch. Als auch Bilder bearbeiten innerhalb von Guild Wars 2 und Screenshots machen und Tipps geben, wie man tolle Screenshots macht. Es gibt dazu auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, auf dem hab ich gezeigt, wie man so gute Screenshots machen kann. Und das ist ein ziemlich geiles Video geworden. Aber ich hab gedacht, ich kann euch heute mal richtig bei dem Prozess mit beiwohnen lassen und wir quatschen ein bisschen. Ne?